Hallöchen meine Käsekätzchen und Willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 2. Ja, eigentlich wäre jetzt theoretischerweise endlich mal wieder eine neue Familie zu präsentieren, aber nein. Wir werden heute nochmal die Winchester Familie spielen, denn wir haben ja was zu feiern, denn Mathea wird ja jetzt erst heiraten und da wollen wir ja noch live dabei sein und Fortuna denkt voll bei der Einkaufsmucke voll ab. Nebenbei läuft noch der Fernseher. Ja, ähm, morgen gibt es dann die Väter. Alter Hund stinkt. Die anderen beiden schlafen schon. Fortuna, ich würde dir auch mal empfehlen endlich zu schlafen, aber bevor du schläfst, erstmal duschen. Schlafen und äh, du schläfst auch mal nenn ich im Bett machen. Hier schlafen. Vielleicht wird diese Folge mal ein bisschen kürzer, das kann nicht möglich sein, weil die Stimme ist immer noch hinüber. Das letzte Mal habe ich ein bisschen übertrieben. Ja, aber was wollen wir denn machen? Los! Klappe Fortuna geht ins Bett, so. Dann werden wir mal ein bisschen... äh, Schläfchen machen, der Hund ist ja noch wach. Sprühst ja nicht vor, so. So, ich bin mal ein bisschen vor der Hiette. Die Einkaufsmucke ist immer noch mit am Start. Äh, Mathea, du könntest ja erstmal schon mal aufstehen. Ähm, Müsi erstmal essen. Heute ist dein Tag und muss alles perfekt sein. Im Frühling. So. Hungernotfall. Weiß ich. Los. Spute dich, Mathea. Rumlaufen. Schlafen. Was... was ist das hier? Ja. Oder liegt das bestimmt an der Katze, weil die hier so rumläuft. Ja. Warum... man kennt ja das da unten, ey. Also egal. Ähm, Fortuna, du könntest jetzt auch mal essen. Und du auch, Hazel. Ihr müsst heute gut aussehen. Oh, die Tiere haben auch Hunger. Weiß. Ach, die muss zur Arbeit oder was? Muss ich was kriegen heute zur Arbeit? Ja, das ist doof. Aber gibt's halt keine Heirat für Häsi. Ist doch egal. Du gehst nirgends wohin, heute Hazel. Du kannst dich... kann man hier irgendwie... Ne, warte mal. Äh... Arbeit? Hazel! Hör mal auf zu labern wie man da hin. Krank will, du bist heute immer krank. Soll ich dich sagen, willst du wirklich krank feiern? Ja, will ich. Was ist Fortuna? Ah, Mist. Die muss auch arbeiten. Dann machen wir's auch gleich. Äh, Arbeit. Ich kann heute nicht. Äh, krank will. Oh, ich bin so fiebrig. Ich hab Hochzeitsfieber. Ja, ich... Du hörst dich wirklich schlecht an. Liebe Kinder, nicht nachmachen, was ich jetzt hier gerade mache. Wo ist ein Häsi? Ja, Häsi nimmt ein Sprudel, was ist schon mal gut. Wenn sie nicht alle holen. Genau. Und wir kaufen schon mal einen Kuchen. Ähm, ja. Was nehmen wir denn für einen? Siebter Himmel. Das hört sich gut an. Ja. Dings muss ich dann auch noch duschen. Dings muss ich dann auch noch duschen. Ah. Fortuna, wenn wir jetzt auf die Kaka lagen, das wird das stampfen. Los. Mach sauber. Ich mein damit auch alles sauber. Ich mein damit auch alles sauber. Äh, äh. Matthias, du musst besonders gut drauf sein heute. Party. Hochzeitsfeier. Ich hoffe, es klappt alles. Ja. Äh. Hochzeitsparty, die beginnt schon... schon gut. Also die Tiere haben... Wegen den Kaka lagen, hast du so... Das ist gut. Das ist Shit 2 zu 1. Für... Dings. Gästeliste. Liste der Nachbarn. Naja. Hector. Macho. Miro. Eine Party machen. Äh. Wir nehmen wir denn noch... Willi. Wir nehmen wir denn noch... Noch irgendjemand? Die kennen wir hier. Luritane können wir noch mitnehmen. Welchen kennen wir denn noch? Silvio. Tanja. Katz. Wieso steht Marlene und Junghans 2 mit drin? Bert. Becci. Gärtner. Alter, die kennen so viele. Äh. Dederichs. Blobe. Die kenn ich alle gar nicht. Wie viele haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Hier, wir nehmen noch... Bertchen Gärtner mit. Ich glaube, ich habe Bert Gärtner vergessen. Nein! Warum müssen wir sie... Warum sind die so viele Unkraut-Dinger schon wieder? Ach, naja, ist egal. Komm, die Hochzeitsleute schon. Die Gäste kommen schon. Hallo. Ach, wird heute. Es ist alles so kalt. Mit anderen anstoßen. Mit welchen anderen? Wie wir es denn damit... Ist ja auch egal. Was macht... Was macht... Hector? Hector! Boah! Wo ist denn Miro? Hallo? Hallo? Kommt ihr alle? Miro, wie siehst du denn aus? Du siehst aus wie gewollt und nicht gekonnt. Umarmen. Romantisch. Und zum Teil. Und zum nächsten Mal. Wirklich. Okay. Dann ja. Das ist gut. Ohé. Ohhhh. Ich will niemanden einziehen lassen, die können bleiben oder Pfeffer wächst. Geh weg. Los Gäste. Kommen sie alle. Ach man, Haze, Junge. Haze. Achso, sie kommt schon. Wo ist der Ball? Achso, äh. Kommen sie alle, ich schneide den Kuchen. Wo ist denn überhaupt, wo ist überhaupt der Willi abgeblieben? Hatte ich die nicht irgendwie? Klasse Stimmung. Wo wollt ihr denn alle hin? Ich will den Kuchen anschneiden. In den Urlaub fahren. Ach... Willi, will ich mit anderen zustoßen? Nehmt euch alle einen Kuchen, ein Stück. Fortuna steht da wie bestellt und nicht abgeholt. Los, kommt essen! Komm Jesper, Hector, los, nehmt an euch ein Stück Kuchen und genießt die Stimmung. Fortuna, los! Hat heute wirklich super gut geklappt. Boah, der Tisch ist wie abgezählt alles hier. Wow, er ist so zack, er ist so zack. Die Bällen passen super gut zusammen. Oh, der Hund! Ah, Willi, der... Musst du ausgerechnet in das kaputte Klo gehen? Mit anderen abstoßen. Miro! Du brauchst jetzt nicht Tagebuch schreiben, das ganze Spiel noch machen. Klasse Stimmung! So, dann wollen wir mal gucken. Oh, okay. So, dann wollen wir mal anstoßen. Ihr trinkt gerne scheinbar Alkohol, warum ihr hier alle so... Was ist mit dir? Hey, ich dachte wir wollten anstoßen. Komm, Miro! Ähm... Auf die frische Familie anstoßen. Komm! Bis später, Luri geht's schon? Kommen Sie! Wer... Wer ist das? Wieso? Geht... Weg! Alle gehen... Wo seid ihr denn immer alle? Wo seid ihr überhaupt? Ist er überhaupt mit drin? Ja... Die sehe ich alle lieber, dass alles auf einem Haufen steht. Guten Tag! Dann wollen wir mal. Ich liebe dich mein Schatz. Ich hoffe wir haben eine rosige Zukunft. Gut! Ich liebe dich! 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 Die Woche zwei haben wir ein voller Erfolg! Glückwunsch! Partyergebnisse! Klasse Stimmung! Oh, Miro! Wir haben es geschafft! Und ich glaube... Wir haben es geschafft! Und ich glaube... Wir haben das geschafft! So, dann... ähm... Matthias... Hör auf dich jetzt die Rotze hier zu machen! Los! Dann aufnehmen! Oh! Ist doch nicht gut, das! Du kannst ja benutzen... Oh, ja, Chazee!